Herzlich Willkommen zu einem neuen Spiel, nein zu einem neuen Parts in Baldur's Gate 3. So sieht es aus, wir haben hier Ihn hier Ihn irgendwo retten und seine Frau zurückbringen Vielleicht greift uns jetzt hier nicht an, wir sind auch nicht so unbedingt fit Ok, können wir hier Ja, aber eben stopp Stop! Stop! Bibbobang Wo Bibbobang schlägt, Nobbelstork wird Der Dwarf hat einen wertvollen Nobbelstork unter diesen Explosiven Bibbobang-Mushrooms Mhm Ihr seid ja gewaltig an der Zwickmüll landet Ihr könnt euch doch sicher an ein paar Pilzen vorbeischlingeln Ich abwenden, gerade ich tue euch einen Gefallen Ich kann mich um die Bibbobang kümmern Und euch jedem Vorwitz in ihre Sterze abnehmen Bitte, helft euch! Schrauben! 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 Ich habe ihn irgendwo gebrochen! Oh je Leidt wo ihr seht, ich hole euren Bökel Schriftform des Nebelschritts hochhalten Es ist euer Chaos, löst es selbst Ja 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 Da ging die Schriftformen zu, wir hatten Er hat es mir überlegt Ich hole stattdessen euren Bökel Schriftformen sind nicht billig, wisst ihr Schriftformen für dich behalten Ich gebe dir, was ich habe Wenn du mich von hier rauskommst Bitte Danke, danke Na gut, jetzt kann ich gespannt werden Vorsichtig, keiner Ach du Scheiße So viel dazu Ich glaube der Zwerg ist tot Und wir auch gleich Ähm Der Zwerg Ich glaube das ist hier ein bisschen explosiv Das lief auch nicht so gut Das lief auch nicht so gut Da werden wir wahrscheinlich nicht nur einen Versuch gebrauchen Ich glaube das nicht so gut So, versuchen wir es nochmal. Wir müssen wahrscheinlich nochmal reden, oder nicht? Wenn die Dialoge nicht immer seelisch laden würden. Das finde ich lustig, was ich mal zuwerfen. Ich will mal alleine gehen. Na toll. Was ist denn das für... Heute ist der Tag der Ladebildschirme. Versuch mal die Schriftrolle zuzuwerfen, ich weiß nicht was dann passiert. Das ist ja schon bei der kleinsten Bewegung. Das ist immer Schritt für Schritt gehen könnte das echt. Ich finde das sehr schwierig für... Das ist ja schon bei der Ladebildschirme. Das ist ja schon bei der Ladebildschirme. Das ist ja schon bei der Ladebildschirme. Versuchen wir es mal. Das ist ja schon bei der Ladebildschirme. Das ist ja schon bei der Ladebildschirme. Das ist ja schon bei der Ladebildschirme. Wie? 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 Ich versuche es nochmal mit dem loswerfen, ansonsten schieße ich einfach mit dem Pfeil auf den und verlege das und tue dann das, was ich brauche aus dem verblassenen Feuer. Keine Ahnung, wir müssen in Gefrieren weiterzukommen, aber ich weiß echt nicht wie. Tja, wie können wir ihn daraus befreien, oder? Ich meine, ich bin ja schon ganz lieb, ihn zu befreien. Ich bin ja schon sehr, sehr gut. Ich bin ja schon sehr, sehr gut. Ich bin ja schon sehr gut. Okay, versuchen wir das vielleicht mal. Versuchen wir das mal. Komplettlösung sagt, der Magierhund, wenn ich bei gestern die mit Objekten integrieren kann, dann löst den Bubba Bank nicht aus. Okay, versuchen wir es mal. Ich wüsste, wo denn der Rucksack ist. Der Rucksack ist eine Facke, ist das? Nein! Ich habe doch die Handschuhe, sag mal. Da habt ihr Ladebildschirme. Puh, das war doch schon richtig. Ich denke, das ist sehr wichtig, um hier weiterzukommen. Es scheint eine nötige Quest zu sein. Auf die Idee muss man erstmal kommen, Magierhund einzusetzen. Dazu müsste man seine Sprüche kennen, die man hat. Die und die dritte Charaktere. Nächstes zwei. Nächstes zwei. Wren? Ich bin ein Geschmackes. Wollen Sie eineanted Öffentlichkeit? Ich bin ein Geschmack. Wollen Sie ein, was ich in der Rucksack? Wollen Sie die Sprüche daran? Ich bin ein glas clean. Ich bin ein Glaser, das zu verabendet. Bitte, danke! Nimm mal, lass dir das nicht los rannen. Das ist doch der Umsatz. Wo gehst du hin? Magierhand. Nein, die Magierhand nicht durchfährt. Was denn? Ich kotze im Strahl. Stunden später. Wenn ich doch nur wüsste, wie man diese Hand bedient. Brinz. Brrrr, brrrr, brrrr. Brrrr, brrrr. Brrrr, brrrr, brrrr. Ich sitze im Schroen. Na, tangent. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir werden es ja aber schaffen können. Okay. Greifen, 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 greifen. Das ist doch nicht wahr. Warum läuft die denn immer los? Das ist doch nicht... Ich habe doch nicht gesagt, dass die loslaufen soll. Das ist doch nicht... Wie diese verdammte Hand steuern, aber irgendwie läuft sie dann los. Das ist zum Kotzen. Das sind aber schöne Ladebildschirme, muss man schon sagen. Schöne Landschaften hier. Ich habe nur noch mehr Zeit im Ladebildschirme, als ich am Spiegel. Ist das schon etwas bedrückend? Ich kann ziemlich heute scheitern sehen. Ich habe einen Schauspieler. Bibba-Bang, ein Mushroom, der gefährliche Fortschritte rauskommt. Ich schaue, 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 ja, das ist ja, ja. Na komm, plus drei. Komm bitte, spiel. Du willst mich doch verarschen. Ah, jetzt, ja, mit dem Bonus. Oh, ich bin gut. Ich muss nur gehen. Und dann, hier! Oh Gott, ich kann endlich zu spüren. Alles klar, was jetzt? Ich brauche eine kurz-durchsende Worte. Ah, richtig, als, äh, was sagst du? Wie ist es mit meiner Belohnung? Ansonsten, ich kann auch schnell ein Feuer abfeuern und dich hier auch umschließt. Was macht ihr da unten? Ich habe mir einen Wein für euch ausgerissen. Ich finde, ihr schuldet mir etwas. Habt ihr etwas auf den Kopf gekriegt? Ihr wirkt rechtlich verwirrt. Ich bin der Elf begegnet. Sie warten auf euch. Ich bin der Elf begegnet. Fel learner? Ich muss... sie Ley dich, toiom. für dich. In된 Zeit... ya. Naja, das ist ja wohl das Mindeste. Jetzt nehme ich mal ein bisschen Abstand. In der Rucksack gehen wir nicht. Explosionen. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir es explodieren lassen. Der Rucksack ist jetzt verbrannt, oder? Schönes Feuerchen. Ach schon. Na dann. Gehen wir mal zurück zu Dingern. Und wir können jetzt nicht hier weiter. Und der Pilzgebiet. Ist das eine Tür? Sieh es ja wohl wirklich nicht weiter gehen. Und dann geht es irgendwo anders weiter. Sieht sehr nach einer Sack aus. Wie sieht das aus? Okay. Der letzte Weg geht zurück. Ich glaube, hier müssen wir lang. Und dann den ganzen Weg nach unten. Das war ein langer Weg bis hierher. Heute kommt das Dorf. Ich gehe lang. Hier gehen Zweig und Pülze. Hier geht es ins Pilztorf. Was? 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 Verteidigungsmännchen im Hellenismus. Die Pilze. Aber wir sind doch kein Angreifer. Schwarze Grotte. Hier sind die beiden. Was? 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 Baelin hat einen Job zu machen. Wir können es weg, wenn er es getan hat. Liebe? Hm, das nie gehört. Baelin ist jetzt meek, aber er war ein altes Bastard. Er hat mich als ein altes Schuh für 70 Jahre verletzt. Er verliert seine Meinung, war der einzige Goode, er hat mir gemacht. Er collecting Nobelstalk. Werteig. Wir haben ein Shop in Bouldersgate. Wieso ist es so kostbar? Können Baelins Gesichtnisfotos teilen? Hm, hm. Jetzt haben wir Handschuhe des unbefangenen Koshigo. Okay. So zu 10 die vier Schaden. Mit Wurf anpuffen und Angriffen. Und mit improvisierten Waffen durchgeführt werden. Das passt am besten zu meinem Charakter, aber... Schussfahren ist schon sexy. Und hier braucht keiner. Du brauchst ja für den Fernkampf. Okay. Okay. Hier kann es weiter gehen. Aber... Wir kommen gar nicht weiter. Nicht erreichbar. Okay. Wo geht es denn jetzt weiter? Hat da jemand einen Hinweis für mich? Wo wird die Stiefel? Besiege die Durige ein Dringlinger. Können wir hier noch gucken. Wenn wir hier weiter kommen. Da haben wir noch einen Bereich nicht freigeschaltet. Da könnte noch was sein. Wir sollten mal... bei der Gelegenheit eine lange was machen. Okay. Wie lange wollen wir? Da haben wir keinen Weg. Und... doch haben wir. Aber das ist... ein bisschen zu sehr ein Weg, würde ich sagen. Ich gehe lieber zu Fuß lang. Das ist die Rektor. Hier runter würde ich vermuten. Hier. Hier. Wir sind doch jetzt schon ein paar Mal gegangen. Hier dürfte doch hoffentlich nicht mehr... so viel passieren. sagte sie. Trophäetrefferpunkte. Ach. Ah, na toll. Hier dürfte doch nicht mehr so viel passieren. sagte sie. Schreckenskutter. Ach, deswegen habe ich das noch nicht erkundet. Hier waren wir schon mal. Ja. Ein Fühlinger war ja schon besiegt Noch ist da eine Kluft zwischen uns. Arsch-Inspiration. Nicht schlecht. Der kann noch nicht wirklich auf uns zukommen. Sehr schön. Ah, der kommt darüber. Ah, das ist doch so gut, nur einer. Das ist mein frohes Ort. Na komm. Volle Möhre. Und zack. Sehr schön. Und noch einmal. Wo wir gerade am Boden liegen. So nämlich. Nicht. Okay, den haben wir besiegt. Oh, Kacke. Wird gespeichert. Geht's hier irgendwo weiter. Dort irgendwo. Sieht nicht wirklich danach aus. Da gibt's den Fluss und da der Turm. Da sind wir da unten mal ins Wasser. Unterreichstrand. Gut. Hier geht's auch nicht wirklich weiter. Hier kommt dieser Wurm jetzt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Hier geht man nicht mehr aus. Geht's. Du machst mich weinen. Ich? Das ist... ... Curious. Oh, Aktion, nicht Reaktion. Richtig, dann. Dass wir um die Havigs zusammenbleiben, vielleicht nicht schlechtes. Na komm. Das hätte hier gar nichts gebracht. Das ist sehr schön. Na komm. Sehr schön. Na komm. Das wird gut fühlen. Ich gucke es sich nur an. So. Wir müssen mal ein bisschen heilen. Jetzt bricht noch mal ein Trank. Nicht schlecht. Besiegt. Ah. Blutschockleidung. Das hatten wir, glaube ich, doch schon mal. Haben wir die nicht eh angezogen? Okay, wo haben wir die jetzt? Ah. Ah. Das haben wir ihr gegeben. Irgendwie haben wir das nicht mehr gespeichert. Das passt. Hier geht es, glaube ich, noch nicht mehr weiter. Das sieht aber sehr besser aus. Und hier ist auch irgendwie. Die Station. Ich will noch mal gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Ich würde jetzt erstmal einen langen Rast machen. Das wäre mal nötig. Nach den ganzen Kämpfen hier. Dann versuche ich es mal am Strand. Vielleicht können wir da was erreichen. Das sieht nach dem aus. Das war. Was wir tun sollen. Hm. Wie liegt denn das Rohr rum? Hm. Wie geht es denn so, Karlach? Hm. Nix. Mastarium. Mastarium. Ich will sich der jemanden anbieten. Was ist denn da? Mastarium. Ich bin nicht sicher, was ich sonst noch sagen kann, zumindest bis ich mich mehr erinnern kann. Sie hat mir gelernt, trainiert mich, verletzt mich. Oft fühle ich mich, dass ich ihre Influenz fühle, wenn die Schmerz mich schmerzt. Nicht sogar Erinnerungen, sondern Glimpsen, Impressionen. Vielleicht ist die Schmerz, was sie macht, etwas, was Frau Shah gebetet hat. Ich weiß nicht. Ich will über alles reden, was uns wieder fahrend ist. Ah, ich will nicht weiter. Okay, was ist in deinem Kopf? Na dann. Voodoo, mit ihm reden wir in einer Stunde. Ah, mein guter Freund. Das ist ziemlich schönes Setup, das du hier hast. Ich werde mich einfach entschuldig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine Angst, dass du hier etwas unerinnerungslos wirst. Ja, in großem Detail. Es beginnt mit einem Fieber und Erinnerungslust. Dann beginnt man zu Hallucionieren. Dein Haar fällt aus, und du wäldst aus jedem Orifische. Raphis, deine Böden werden sich verändern. Deine Böden werden sich verletzt, um für vier große Tentacke zu verletzen. Alle Blöden werden sich verletzt, um eine neue Fläche zu verletzen. Dann hast du zu existieren, und eine Mindflayer ist. Was ist das? Warum besorgt es euch, dass wir uns nicht verändert haben, das ist doch gut. Wenn du es nicht mehr gedacht hast, dann führen die Anomalyse an Überraschungen. Schade Überraschungen. Außerdem, was nicht passiert ist, kann es noch nicht passen. Willst du sprechen? Mit so einer Stimulatung? Never besser. Missed? Oh, nein. Es ist ein Schmerz. Es nimmt dich aus der Natur. Und es macht dich aus den anderen Problemen und Persönlichkeiten. Es ist ein Schmerz. Ich hoffe dich. Und hinten geht ab. Ich glaube, der ist da hinten. Oh. 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 Oh, nicht. Oh. 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 Wow. Oh. Oh. Ich habe gesagt, dass jemand, der sich in der Rive der Blüte erzeugt, als jemand, der sich neu erzeugt. Es ist ein bisschen wie das, ich denke. Ich fühle mich die Kraft dieser Hörner auf meinem Kopf, sich auf die Hörner wie ein Mammoth. Ich fühle mich diese Hörner über meine Nacken. Nicht zu sagen, ein paar Bums und Prongs in unheimlichsten Bereichen. Aber ich habe noch nicht gesehen, meine Reflexion. Sei mein Mera, was du sehen? Einen ziemlich attraktiven Teufel, wenn ich so sagen darf. Ein Monster bei Gluttern, was... Abscheu dich. Ich sehe die Klinge der Glanzen nicht mehr und nicht weniger. Nur weil es der von den Höllen berührt wurde. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kann nicht sagen, ob du bist oder ernst bist. Aber ich nehme die Flatterie. Ich denke, ich werde die Neu-Mü. Hörner und alles. Die Leute werden sehen... Eine curiosität. Vielleicht sogar eine Böse, hungry für ihre souls. Aber ich werde sie ihre Monsters schlafen. Ich werde sie sicher. Und ein Tag, sie werden sehen... ... die Bläde der Frontier wiedersehen. Ja, genau. Eine Wahrscheinlichkeit, die mich auswacht. Aber ich habe keine Ahnung, wo zu beginnen. Außer als zu spielen spielen und zu spielen spielen. Das ist die einzige Sprache, die Devils zu hören. Warum wollt ihr ihrem Gefehl überhaupt folgen? Was können sie tun, was schlimmer ist, als das, was sie bisher getan hat? Und da gibt es bestimmt einiges. Aber greifen wir sie nicht einfach an, wenn sie das nächste Mal erscheint. In dem Vertrag muss es ein Hinterdurchchen geben. Das durch ihr... Durch das ihr Hinau-Spiel erlangen könnt. Ja, das hier. Du kennst ja keinen Schein in so viel. Aber wir können das. in unseren Händen. Hm. Wenn unsere Würmer auf einen, können wir sie schlagen. Ich mache mir nur Sorgen, was uns das nächstes antut. Und wir werden sehen, ob es sich lohnt. Und vielleicht brauchen... brauchen wir den Kapp, der sind hier noch. Ich bin so sorry, dass dir eine andere Reise zu schlafen. Aber es ist mein Bedrohung. Sie wird dich nicht touchen, ohne dass es da etwas ist, um sie zu nehmen. Du gibst nicht so viel, wie es sein könnte. Hm, hm. Ah, hier haben wir den Latze aus. Das haben wir schon gefragt. Mehrfach. Wir wussten nicht, dass es so einfach Magie träumen. Und später Magie... Ein bisschen bewältigt. Ah, nee. Noch immer lange rösten und geht es weiter. Hier müsste man das Essen besorgen. So, na dann. Ich hoffe, es ist hier nichts passiert. Wir haben da weg. Und wir wachen direkt im Kampf auf. Das soll jetzt schon mal passieren. So. Dann gehe ich mal da runter zum Strand. Ich denke, das wird die beste Idee sein. Vielleicht erreichen wir da was. Vielleicht erreichen wir da was. Runter gekommen ist doof. Ah. Toll. Leichen. Und wo wollen wir uns eigentlich dorthin? Nicht erreichbar. In Bogus. So. Dann können wir vielleicht fahren. Ja. Ja. Das kann... Das kann... Da könnte uns große Buskämpfer warten. gehen. Oder es geht halt weiter. Ich habe nichts anderes gefunden, wo es weitergehen könnte. Daher... Auf geht's. Und das Ungewisse. Scheinbar können wir das Boot benutzen. Wir brauchen keine Bootkenntnisse dafür. Ein weiteres Boot mit Zwergen. Oh je. Ich arbeite für Gek. Ich suche die Stiefe seiner Kommandantin. Ein Schüchtern im Namen der Absoluten. Ihr wettet mich passieren lassen. Täuschen. Ich fürchte gegen Sturz. Die Mykronoiden haben ihn erwischt. Versuchen den Parasiten das Doolga zu erreichen. Und den Doolga ins Wasser schubsen. Versuchen wir das. Auf geht's. Oh, Operiere. Was ist das für die Lieder? Oh, das sieht doch aus. Was ist das? Was ist das? Wir sehen. Das ist dann schon mal. Das bin ich gerade. Das ist hier. Das ist der Lieder. Das ist die Lieder. Ich hoffe, dass er nicht rechtzeitig zurückkommt und der aufdeckt Oh Gott, Soundberg Das war laut Hier sind wir bei der Zwerbung Das könnte interessant werden Ähm Du musst die Grafik jetzt nur noch laden Oh Gott Mächtige Statuen Mächtige Statuen Ein mächtiges Tor Mächtige Statuen Mächtige Statuen Mächtig Das wäre Das kann ja nur gut ausgehen Ähm Er soll mich bei der Kommandante melden Ja, die Sklaven Das ist nicht wichtig wer ich bin Ich gehe schon wieder Ja 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 Ich 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 fühle mich Du fühlst das wenigstens in deinem Kopf Duergar ist nicht infektiv und zwar dein Geist ressoniert Oh 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 Okay Ich krieg keine einzige Mимость von mir niemals dann das Da hol ich mir über den Kopf Ja gut Das ist ein Schanitar! Scheiße ist schlussend. Aber ich bemerke dir. Das Schwachsoul wird bald nicht fertig sein. Da werden sie hellen, für die Leute, die Kult-Buggers. Ich habe richtig gehört. Sie halten Gnomes als Slave. Nicht für viel länger. Wenn die Blöde hat einen Sinn. Das ist kein Kampf. Wo geht Will denn hin? Also das ist nicht Will. Will ist hier. Wir können einen Stufenaufstieg machen. Das machen wir gleich jetzt erstes. Fantastisch. Ich glaube das liegt an der Mütze, dass wir hier keinen... Dass wir die Haare hier nicht haben. Sieht immer komisch aus. Das sind Merkmale. Quelle Inspiration. Verbessert war die Inspiration. Cool. Wir können einen Zauber auswählen. Okay. Was haben wir denn hier? Das können wir jetzt machen. Fluch. Verfluche eine Kreatur durch eine Berührung. Fluch bewirkt entweder einen Nachteil bei Würfeln und Rettungswürfen oder Angriffen. Lässt sich im Ziel zu sich Schaden zufügen. Oder bewirkt, dass das Ziel keine Aktion machen kann. Nicht schlecht. Frucht. Totstellen. Frucht. Ich projiziere ein so schreckliches, geisterhaftes Bild. Das Ziel fallen lassen, was sie halten und furchtsam werden. Es ist dann einfacher zu treffen und können sich nicht bewegen. Das klingt nach einer barren Sache. Und dazu ein besänftigen. Aber ne, die können nicht bezaubert oder beängstigt werden. Stinkende Wolke. Stinkende Wolke. Die Toten sprechen. Stinkende Wolke. Ja, das würde ich eher für Blätserung. Wenn das mal bekommt. Verstwachstums. Lüfe des Schutzes. Schreibe einen Kreis aus Arcanen und Glyphen auf den Boden. Der einen ausgewählten magischen Effekt bewirkt. Wenn ein Gegner auf ihn tritt. Hypnotisch. Muster. Interessierte Kreaturen, die das Muster sehen können. Sie können weder zu uns für noch dich angreifen. Auch nicht schlecht. Furcht. Oder Hypnotisches Muster. Sagen. Weil es zwei Züge. Ich mache mal Furcht. Da können wir so beschreckenshafte Musik spielen, was dem angst und bange wird. Ok. Grundes Wahnsinn. Die sind nie benutzt. Schlafen haben wir auch nie benutzt. Eigentlich. Wir müssen es nochmal benutzen. Eigentlich würde ich es nicht ändern. Ne. Machen wir so. Komischer Pack mit dem Mütze und den Haaren. Z-Hertz-Aktualisierung. Im Kampf raus kannst du Sturzflug einsetzen. Gnadenlose Wildheit verwenden. Einen bunten St impaired. Mh. Gnadenlose Wildheit. Gnadenlose Wildheit. Äh, ich erhalte das Bärenherz. Und brü Radle jetzt vielleicht auch was. Sturzschlag. Ich habe hier den gegangen, als das gefühlt nicht im Nachteil. Ich nehme Radle Herz. Sturzschlag und das ist ja das ist super. Bisschen mit den Bildnissen, blonde Haare. Okay, sauber sitzen können wir jetzt. Magus Geschoss können wir machen, falsches Leben, das wäre mal was, was können wir dafür wegnehmen, Ace Messer, rascher Rückzug, naja, Rückzug machen wir hier nicht, nicht mit ihr, und einmal viel Willen, Sechsten Meisterstufe 5, Zaubererhalten, großer Flug, was sie dies ist, oder ein Verbinden mit Fähigkeit fliegen, oha, interessant. Feuerball. Ja, weißt du was, ich nehme Feuerball und Gegenzauber. Verschießende Hände, Flamme aus den Fingern, im Auftritt explodiert und alles in der Nähe einäschert. Das ist nicht schlecht. Nehmen wir. Schauerlicher Anrufung. Bei deinen Studien des okkulten Wissens hast du unheilvolle Beschwürungsformen zu Tage geführt, die anhaltendes magisches Talent von deinem versumpfen lassen. Zeichen des schlechten Umens. Stooms Schatten, Tiersprache, Tölfes Gesicht, Tölfische Kraft, Maske für das Gesicht und den Schatten verschmelzen, zurückdringender Stahl. Okay, wegstoßen können wir da. Ich nehme, glaube ich, das hier. Im Fluch können wir damit wirken. Okay, was haben wir jetzt hier? Also geht es zurück. Unterricht, Grünschmiedern. Da kunden wir mal die Zwergenreicher. Vielleicht können wir die irgendwie austricksen. Dass wir irgendwie einen Deal kriegen. Vielleicht können sie die Pilze und die Zwerge irgendwie vertragen. Man wird weder die Pilze noch die Zwerge bekämpfen wollen. Daher... Guter, kunden wir mal. Wer hat denn die Droh hier zum Toplen aufgehängt? Und wo ist der Droh hergekommen? Ich? Wer sonst? Meine Späder haben sie wegschraubt. Dann hat Nier ihnen ein oder zwei erzählt. Und ich lasse sie wegschrauben. Okay, es gefällt mir, nachdem wir... Gegen ein paar Drohs gekämpft haben. Und um den Lager waren ja auch nicht gerade... Meine Freunde. Ich bin gespannt, was wir hier noch erfahren. Ich bin gespannt, was wir machen. Nachricht der Droh. Die Droh... Das ist öffentliche. Der Dwerker sendet ein Messer. Hey stick shit! Another stick shit! Piss pop! You flirt! Now jump to it! Or it's up to the lift, straight to the shadows! A waste of a slave. He should be digging or scavenging, not serving drinks. True soul, yeah? Tell the sergeant we won't move a pebble. Your captive is most comfortable. Most comfortable. Where do you get such a king? Do you not help me to free the true soul? It reminds me how you can live yourself. Comfortably. Figured it obvious. I kick up my feet, order a brew, watch and work. No complain, but I love it. I'm telling you. I don't like your art. You look very close. I respect it. And I don't like pig shit, but damned if your mouth ain't spewing it. You want respect? Let your absolute pay for it. Till then, bugger off! Hey! Stick shit! Where's my drink? Coming right up! Piss pop! Stick shit! Talks like Smug! And he ripped that shroom village! And then shagged it! Ha! Here's to Smug! Nasty prick! Hmm. She has now some red hair. Interesting. Let's go through here. Mondlaterne! What's that? I don't know. Why are you asking me? Oh, yeah. The moon. Why are you asking me? Tust du nicht, was soll das denn heißen? Ich weiß, was werde ich mir merken. Ich habe keine Angst vor ein paar Schatten. Bauen wir diese Mondlaterne zu überleben, also müssen wir näher befreien. Im Notaufgang finden wir die einfach und bauen früh oder nicht. Wir können jetzt nicht zurück. Okay. Die Stiefel holen. Ich habe nicht ganz verstanden, was ist. Wo hin war diese Mondlaterne? Im Inventar war die nicht zufällig dabei. Quests. Die Türm des Mondausgangs, da sind wir ja fast schon da. Das klingt so, als bricht nur diese Mondlaterne auf jeden Fall. Ja. Hm. Schauen wir uns erstmal umflicht. Will man noch weiter hin? Ich weiß auch, wie dieser... Nee, wie ist die? Was ist ein Ort, wie das in der Unterdark macht? Steinbicht und Kuh. Steinnbicht und Kuh. Ich bin nur ein kleinerer, aber genug, um die Drow auszuladen. Werden muss es nehmen. Schläge sind niemals mit den Pickaxen. Ich kann nicht nachdenken, dass die Mäbis. Die Sägeren sind unsere Ticket in. Wie sollst du das, Kuh? Werden wir einen Listen. Ein Schieber läuft durch dich. Ihr Mind ist wachsend mit ähnlichen Resenten. kommt ihr darauf dass ich eine wahre seele bin wird mein guld dann müsst ihr mich besiegen ist doch absurd ich hasse diese wahre seelokultisten ich bin eher befreiend und behauptet ihr einen anhaltspunkt ich muss die befreien für die stank lächelt ich bin nicht mehr eine wahre seele als ihr los nur zu ich habe schon nach dem kampf gesehnt gut ich bin eine wahre seele und was würd ich nun tun dann würde ich etwas eigentlich würde mir von absoluten verleigen ich war eine wahre seele der kult hat mich betrogen ich habe oh ha 3 haben wir jetzt hier oh ha aber wir haben hier Charisma bonus zwischen den Charisma expertiser ja da bin ich Revenge eh? hier können wir einiges falsch machen was für gold ich denke ihr seid nur noch nicht bezahlt wurden und darauf an was braucht ihr dann dass ein umgang sein soll kein interesse bitte ich habe schon mehr geht es tragen könnte ich bin dabei ohne mich gut ich für die hälfte oh ha ja das gewollt aber locker Ja, voll. Vielleicht können wir es heimlich machen Okay Spiel aber Was ist die Quest? Die Türme des Mondaufgangs Befreie die wahre Seelen näher Die müssen wir befreien Vielleicht brauchen wir Diese Mondlaterne Wenn wir jetzt vielleicht auf der bösen Seite sind Oh Gott Gespeichert Wenn wir kurz mal Speichert haben wir hier gerade Ich werde aber gleich nochmal speichern Sicherheitshalber Doppelt speichern mit sicher Äh Doppelt hält besser Und dann schon mal wie es hier beim nächsten Mal weiter geht Wo die wahre Seelen näher finden Wie wir sie befreien können Ja Ja Das im nächsten Part Dann fürs Zuschauen Haut drinnen Schau Wie wir hier bei uns Tieren noch auch Doppelt Wie wir sind Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020